Eine große Verantwortung liegt nur auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Es verrat gegen die Natur. Das Stärke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel trampe in jeder Außenseite als Gemeinschaftsfremdtod. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für die Menschlichkeit. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei den Grafen bei der Dotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Unter ein ausgerechnet Himmler. Der treueste Vertreu. Das ist der schlimmste Verrat von allen. Göring, ja. Der war korrupt. Immer schon. Speer, ja. Ein weltfremder, unbereichenbarer Künstler. All die anderen, ja, 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 ja. Aber Himmler. Ja, ist das echt wahnsinnig geworden. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank. Und, ja, vielleicht schon dort. Bitte. Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retscherlein. Und holen Sie mir, Fägelein. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort zum Bericht. Zippern, Doktor. Bitte. Bitte. Sie und Greim müssen sobald als möglich aufbrechen. Fliegen Sie zu Dolmitz. Teilen Sie mit. Er soll alles veranlassen, um Himmler seiner verdienten Strafe zuzuführen. Mein Führer, Ritter Greim und ich haben beschlossen, hier mit Ihnen in den Hut zu gehen. Ich danke Ihnen für diesen treuen Beweis. Ja, ich hatte Recht, Sie nicht in meine Pläne einzugehen. Ja, glauben Sie, deine Schauer tatenlos zu, bis diese Judenschweine mich abmurksen. Dies alles ist Teil eines gigantischen Täuschungsmanövers. Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen. Er wähnt sich bereits als Sieg, aber Sie werden sehen, Greim. Es wird ein böses Erwachen geben. Der Nitz mobilisiert den Norden, Kesselring im Süden. Wir werden den Feind in einer riesigen Zangenbewegung zerquetschen. Zugleich fälle ich dem Russen mit drei Armeen, die bei Prag bereitstehen, in den Rücken. Ich hatte ja keine Ahnung, mein Führer, dass wir noch über derartige Reserven verfügen. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greim in Kürze, tausende modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Vielen Dank.